Unser Immunsystem steht ja nicht allein, sondern es ist in ständigem Austausch mit unserer Umwelt. Und natürlich ist in einer Situation, in der wir auf der einen Seite mit ganz vielen Umweltgiften in Berührung kommen, wo wir auf der anderen Seite eine ganze Reihe von ärztlichen Eingriffen erleben müssen bei ganz, ganz vielen Menschen, unser Immunsystem angegriffen. Dieser Angriff kann, weil wir relativ robust sind, im Grunde ganz gut beantwortet werden. Wenn er aber eine längere Zeit dauert, wenn wir also über einen längeren Zeitraum belastet werden durch Umwelt, durch andere Maßnahmen, eventuell auch durch Arzneimittel, die wir einnehmen, die das Immunsystem schädigen, dann kann dies dazu führen, dass unser Immunsystem supprimiert, sagen wir in der Wissenschaft dazu, also heruntergefahren wird. Ja, und in den letzten zwei Jahren ist dies in vielerlei Hinsicht geschehen. Auch dadurch, dass wir, wenn wir das jetzt wieder ganzheitlich betrachten, auch unser Nervensystem angegriffen wurde, unsere Psyche angegriffen wurde. Für viele Menschen ist das, was in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren geschehen ist, eine ganz hohe Belastung, besonders auch für unsere Kinder. Es ist eine sehr hohe Belastung, die einhergehen kann bis hin zu Entwürdigung, bis hin zu einer Situation, wo Menschen nicht mehr menschlich behandelt werden. Das sind Auswirkungen, die spürt unsere Psyche, die spürt unser Nervensystem und geben diese Informationen an das Immunsystem weiter. Und ja, wir sehen heute mehr als früher in den letzten zweieinhalb Jahren eine deutliche Schwächung des Immunsystems bei vielen Menschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.